Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mag ich die Challenge nicht wow sein, also halt so welche Wörter, oh mein Gott, wow, den du halt so, so richtig geil fühlst. Also da waren wir zu Ringe, die haben halt alle nicht gleich getroffen. Ich hätte nicht so richtig spektakuliert. Ich finde ihn nicht so richtig. Ihr könnt auch gerne mitmachen bei der Challenge nicht wow sagen. Oh, das ist okay. ich möchte so gern sagen ich möchte auch so gehen ich hab nichts gesagt ich hab schon mal ein Strich was ist das da mit dem was das ist schreibt in die Kommentare okay das hat so wie ein Strand so das ist laber so und die Kinder die Karte auf die Runde war Schokolade Achtung! Fartstein, Fartstein! Wack! And this is the light to fade. Ok, das sieht so aus, dass es immer so so welche hoch und runter geht obwohl das einfach immer nur so hoch und runter, hoch und runter was macht der? Oh nein Das war knapp Ja, so was ist mir so drei Zeig Angemal Ok 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 Genau so wird da so drauf gemacht Oh Oh her und und von die Köln schriftartig Oh mein Gott. Was soll das überhaupt sein? Ein Schuh. Du schuld. Ich hätte auch nie gesagt. Oder was ist das? es wird nicht angeboten die Kupfer Kappel und weil ich bin ja nicht schon ganz lang geworden aber er kann Fragen ob ich euch grüßen soll, okay? Also, wenn du es möchtest, dann ja, weil ich bin nicht so lange YouTuberin, aber ja. Wir machen mal weiter. Ja. Ups. Sorry. Oh. Das war schon. Das war schon. Und wir werten. Und zwar schon. Das war schon. Ich gehe. Weiße Schokoladenfisch und Waren. ich bin und ich und und auch und Was? 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 Okay, ich bin. Das Ding ist. Was? 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 ich habe ihn nicht schock ich bin ich bin ich bin auch schon ein ich glaube ich Fettung doch die Verkürzung der Kopp hier hat man den Augen gespürt das nicht gesehen hat Warte, ich zeig's kurz in das Auge ich weiß, ich hab Gott um mein Gott gesagt 6 Minuten ok die Drohne sind so vor ihm gekommen die Drohne sind so vor ihm da ist von ihm etwas tief gelaufen mhm mhm das sieht mhm ich weiß das nicht sagen mhm mhm respekt ah fährt ein Auto und da wird einfach so ein bisschen Ding nur noch mitgemacht das ist mhm 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 ich hab das richtig gesehen was normal mhm mhm ok das liegt die Luftverlust ne 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 ok mhm 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 3 doch gar nicht und da auch nicht und man kann der Kupfer nicht mehr die 8 in den Diener in den so er hat das ist damit ich hab's nicht zu Ende gesagt nun neben in die Hälfte wie geht ich brauche auch die Semente eine Kohleflasche um die geht okay Schau mal wie viel da rein gott so wie spielte man das hat immer noch ich bin nicht nein ich habe ich habe fast gesagt ich Kassel so weggeknüpft Oh, das ist so grässlich Das ist mir eigentlich schon wundervoll, aber... Nein, Gott! Was soll das denn? Oh... Das ist so fett, Mutter eigentlich... Oder keine Ahnung... das uhr ein was das er hat immer so gut keine Ahnung die er hat die Nein, 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 das sieht so gut aus. Nein, 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 nein okay ich bin ich gar nicht denn da und vierzehn Minuten noch um Mai oder? oder neunzehn, keine Ahnung heute ist der fünfzehnze Zimmer ich hasse diese Dinge ich habe gesagt, Magic nee das muss nur ein Herz sein niemals ich mach's dann halt auf stand doch auf das ist das für die Minions kennt ihr die Minions? ja ich ich u u u u u u u ein ich mache und kaum ich bin und nur und ich möchte ich habe das nicht richtig gesehen, glaube ich. Ah! Das fühlst du schon? Ja. Ich fall nicht mehr darauf rein. Das ist so eine Klausur. Habt ihr denn gleich so? Ich hab so eine Klausur. Oh yeah. Der so klar, so klar, so klar, so klar, so klar. Das kann ich... Atem. Wisst ihr was ich meine? Das ist noch ein bisschen was. Hinten dran. Vielleicht mit Bären. Das ist so ein Cupcake. Kann man den essen? Ich glaub schon. Ist das Schleim oder ist das fiffbar? Hehehe. Hehehe. Okay. Das wäre schon wieder abgezogen. Hehehe. Hehehe. Das sieht das schon sehr... Uff, sorry. ja der der auf in der die lange nur die 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 entlang zu Ende und und die die ja ich habe da drauf gemacht das möchte ich da die Füllung hat sogar die Zeit drauf was ist das überhaupt um man ja oft du bist du ach so das war okay okay ihr könnt gern in die Kommentare schreiben wie viel ihr gefällt habt und hoffentlich hat euch das Video gefallen und Ciao Peace